Battlefeed Hardline, jetzt nach langem endlich mal den Code erhalten, da schreibt der Lennel mir, während ich auf dem Parkblatt stehe, er hat einen Code bekommen. Da haben wir gedacht, krieg ich auch einen und es hat sofort geklappt. Mitarbeiter Lennel, und wieder der Major, der zeigt uns jetzt seine Shooter-Skills, aber richtig. Wir spielen Blood Money, richtig? Blood Money, die Map ist immer die gleiche und wir schauen uns einfach mal. Steig mal aus und knallt ab. Ab ihn, ab ihn, ab ihn, tot, 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 tot. Wieder einsteigen, wieder einsteigen. Steig ein, steig ein. Ich hoffe, es ruckelt nicht. Hey, ich hab ihn, er ist mein Kill, Mann. Da, Gegner! Wir müssen erstmal drehen, wir müssen vor die Action klauen. Und man muss Geld klauen und dann zu seiner Base bringen, aber das Geld kann auch wieder gestohlen werden vom Gegner. Genau, genau, ja. Aus seiner eigenen Base raus. Und man kann natürlich vom Gegner auch das Geld klauen. Da ist einer rechts. Alter, bei mir laggt es noch irgendwie viel zu sehr. Mach mal low, hab ich auch. Low, warte mal kurz, mach schnell. Money pile, lass mal ein bisschen Money holen. Ich mach mal kurz auf low, scheiß drauf. Ich glaube, ich muss mir eine neue Grafikkarte zulegen. Ich muss mir einen neuen PC zulegen. Hier oben ist keiner. Geld holen, Geld holen, Geld holen. Ja, ja, ja. 200, 200, 300, 400. Okay, ab in die Base. Ich hab's noch nicht. Ich hab's gleich. Als ob, ich hab den gemessert. Ey, ich hab den gemessert, Alter. Ich grab noch. Wo wesserst du den denn? Okay, ich hab's. Raus hier. Ah, ihr seid schon weg. Okay. Da ist ein Flugzeug hinter euch hier. Eröffne auch dein Fallschirm, falls du da runter springen solltest, ne, Tommy? Ja. Flugzeug gehört mir. Okay, wir führen aber ganz ruhig noch. Was ist denn hier los? Man kann nur, wenn man Schiff hält, dranhängen, gell? Schneller geht nicht. Genau, genau, genau. Alter, hier im Aufzug ist einer. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay, ich bin bei der Vault. Äh, bei unserem und kipp ab. Ich war grad mit dem Aufzug hoch. Alter, wir haben schon fast die komplette Dinge voll. Schau mal die Leiste an. Na ja, die haben gar nichts noch, die sind voll schlecht. Das heißt doch, nix, eben stand's genauso. Hier ist ein Chopper, Alter, den muss ich mir mal holen. Ich komm mal zum Lern noch. Ja, ich will nicht defle, Alter, du. Okay, mach ich auch. Okay, wir brauchen nur noch eine Million. Haben wir es geschafft, ja? Ja, die. Das ging einfach dann schnell. Wie öffne man den Fallschirm nochmal? Äh, dort, in Leertasse. Wenn du in der Luft bist natürlich. Jo, ist klar. Auf Low geht's auch. Ist nicht so schlimm jetzt. Da fliegt grad einer runter, ey. Okay. Spielen überhaupt Gegner mit? Doch. Hier dürfte einer sein, ich hab grad einen gesehen. Wo an der Base? Nee, hier, wo bei Moneyball, da. Boah, da schießt jemand mit Raketenwerfer. Weiter. Aber wo? Da ist schon Geld, solange hier keiner ist, hier ist alles ruhig. Was ist der Typ? Ich schau ein bisschen rum, weil ich den Tipp empfinde hier. Unsere? Ja. Oh. Kann nicht auffallen. Fuck, wie schlecht war das denn? Boah, ich muss erst mal reinkommen hier, bei dem Game. Okay, 500.000 weg hier. Alter, geh nur weg. Man kann natürlich immer selber entscheiden, wie viel Kohle man mitnimmt. Dauert halt dann länger. Ja, ist halt auch Risiko, ne? Risiko, ne? Ja, wir spielen gerade die Rebellen, ne? Ja. Ich def jetzt mal unsere Gold. Bei uns in der Base ist ein SUV, ne? Okay. Benno, wo bist du bei uns in der Base? Oh, ja. Ich bin nicht bei unserer... Nee, ich bin da gar nicht. Das ist alles voll. Zwei, vier Leute, glaube ich. Fünf, die räumen alle aus. Scheiße. Guck mal, wir haben schon nichts mehr. Komm, wir kommen hier rechts, komm hier rechts. Wir gehen in die Mitte, oder? Ja, holen wir gleich wieder Geld. Oder sollen wir mal zu deren Base gehen? Aber die haben ja nichts. Geht zu uns, ey. Ach, sie haben nichts. Die sind voll. Okay. Kommen wir dahin. Ja. Da ist einer. AFK. AFK. Fuck, die sind schon abgezogen, ey. Sind die schon weg? Aber die haben fast gar nichts mitgenommen. Okay, wir jetzt aufpassen, der wieder. Oh, von hinten werden wir beschossen, Tom, ey. Ja, warte. Nee, das war's. Nee, du hast Damage gekriegt. Ich hab doch RAD-E verloren. Okay, dann was. Ich weiß nicht. Zeigt sich aber nicht. Komm, weiter. Ja, ich bin jetzt schon bei unserer Bolt. Ich hab ja gerade nix. Ich auch nicht. Wo? An der Treppe, wo wir reinkommen. Ah, da, ja. Boah, 18 Frames. Matkit right here, nehm ich. Wie nimmt man das auf mit E wahrscheinlich, ey? Nee, einfach dran stehen. Oh, dann bin ich voll. Oh, wir sind hier die, Alter. Hab ich mich erschrocken. Ich auch. Wie rennt die alle rum? Die Gestörte. Einer müsste eigentlich nur Geld holen, dann hätten wir es geschafft. Oh, Alter. Boah. Ey, die greifen an. Die greifen an von hinten. Die sind an den Truck. Ja, ich komm von oben. Ich komm von oben. Nicht von oben. Fahr wieder runter. Ja, weil hier oben sind auch welche. Guck, ich hab einen. Okay. Okay. Hier ist aber noch einer. Aber wo? Ich hatte ihn. Scheiße, der ist bei uns am Geldtransporter. Jetzt so tot. Ich hol den noch. Ist schon tot. Ich fahre nach unten. Hier ist doch noch einer, ey. Der läuft heute ganz gut. Ah, das Lenno, ey, Mann. Das hat schon vorher gesagt. Ach so. Oh, ich hab noch so ein bisschen Schwierigkeiten hier umgegangen. Hier ist aber noch nix. Ich fahre jetzt zum Money Pit und hol die letzte Kohle hier. Mit Vollgas. Ja, ich hol jetzt auch Geld. Ich hab zu wenig Punkte, ey. Wenn die eh nix machen. Die machen ja eh nix, die Typen. Ich fahre schon wieder, wieder letzte Vollidio. Jetzt haben wir die Base-Gedefft hier. Wo sind die Typen? Ja, der wahrscheinlich jetzt bei Money Pit, ne? Ah, da geh ich. Kann ich jetzt mal rein? Nein, die sind bei uns. Gewonnen. Ah, wir haben gewonnen. Ich wollte gerade schießen. Ja, das war die erste Runde und da machen wir gleich eine neue, äh, gleich eine dran. Ist nur so kurz, oder? Das ging ja gerade mal drei Minuten, oder? Zwölf Minuten, bei zwölf Minuten waren wir. Ja, die waren so schlecht. Doch, wir waren bei zwölf Minuten, das waren vielleicht... Du erzählst einfach von drei, Alter. Ja, wie lange geht denn eine Runde? 20 Minuten, glaube ich. Ah, okay. Wir können gleich auch mal Mode Heiß spielen, ist auch ganz gut. Ja, warte, jetzt machen wir noch. Noch mal ne Runde. Ja, ja, einmal noch Black Money. Black Money. Black Money. Black Money Money. Boah, ich war nicht gut. Ich hatte 1, 2. Ja, bei mir... Ja, ich hatte auch wenige Kills, aber... Die waren ja nicht da, die lieben jetzt alle, schau mal. Den einen, den ich gekillt habe, das war der AFK-Tür. Ja, aber Punkte sind hier wichtig. Wie gesagt, ich hatte heute 0 zu 0 und war 5 Minuten Erster, weil ich aus der Gegner schon Base viel Geld geklaut habe, ne? Level 1er war... Ne, ach, das ist die Nummer. Level 4er. War der Beste. Ja, wie sind denn so die ersten Eindrücke, Tommy? Ist geil. Das macht echt Spaß, aber ich muss natürlich erstmal reinkommen, ich habe noch nie in Battlefield gezuckt. Ja, bei mir auch. Vor allem, guck mal, ich bin ja auch... Ich spiele ja Battlefield generell und frag mal... Und der Major ist der Pro. Ne, eben nicht. Guck mal, frag mal Leno, wie ich heute Mittag abgekackt habe. Ja, er musste sich auch erst eingewinnen wieder. Ja, wegen ABA und so, ne? Weil Battle Royale und so alles kam ich schon wieder gar nicht rein, ey. Ich hoffe, jetzt geht das Laden mal schneller bei mir. Jetzt ist es schnell mal ingame, bevor ich überhaupt mal aus dem Ladebildschirm rauskomme. Weil mir ist aber auch gerade am Laden. Ja, gib da mal Bescheid, wenn ihr das habt. Aber ich habe jetzt mal auf Low gestellt, davor hatte ich auf High, okay, das kann natürlich auch dran liegen. Aber so Low und High macht ja keinen Unterschied eigentlich, ne? Obwohl, weil diese Hochhäuser und so brauchst du ja nicht. Ja. Geht ja alles wirklich. Ja, stimmt. Also für mich macht es keinen Unterschied. Ich bin jetzt, äh, drin. Ich noch nicht. Ich auch noch nicht. Doch jetzt. Ja, also da merken wir es, mein Laptop. Komm mal Intervention. Ich habe, glaube ich, echt den schlechtesten von unseren. Ältesten. Solange das aber noch läuft, ist es noch gut, ey. Bellyfield braucht ja auch, äh, einen richtig krassen Rechner. Ja, ich habe nichts im Hintergrund gebraucht. Wird es Zeit, einen neuen zu kaufen? Aber echt, ey. Laptop, ich bin da. Mann, ich bin noch nie da. Ja, wir warten hier. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Du fährst, ich habe deine MG. Ah, okay. Schöner Ladescreener. Ja, Gatwick hab ich Gatwick. High Tension. Jetzt, warum dauert das so lange? Da ist immer eine Uhr. Hör mal auf, ey, wir fliegen deine, deine Projektile ins Gesicht. Machen schon wieder Scheiße hier. Jetzt dauert es aber gerade richtig lang. Eigentlich können wir vorfahren, Tommy kann ja immer noch bei uns im Auto joinen, ne? Ja, er spielt ruhig schon mal. Ja, du kannst ja mitten bei uns joinen. Fahren wir ins Money Pile, ja, aber. Ja, aber warte noch so 20 Meter davor, weil Tommy ist dann sofort in der Action, ne? Das ist dann nicht gut. Da hast du auch direkt ein Ding gemarkiert, irgendwo, ein Fahrzeug. Und, äh, Gegner, wenn ihr Gegner seht, dann könnt ihr die markieren mit Kuh. Mit Kuh, okay. Okay. Warum dauert das jetzt gar so lange? Du fährst, ey, jetzt. Kuh? Willst du wieder, äh, ans Geschütz? Ja, komm, wir warten auf Tommy. Starte! Jetzt lädt sich gerade ein Wolf, das Teil. Da kannst du ja einen Cut machen, oder? Würde ich auch sagen. So, wieder zurück in der Action. Auf geht's, auf geht's. Hier ist wieder ein SUV, ey. In der Race. Alter, das macht ihr da oben. Komm, Money Pile, los, los, los. Ja, aber das ist ein SUV, pass auf, mit einem MG. Okay. Hier vorne, guck mal. Oh, sofort Spieler, hier, zwei Stück. Wo? Links. Da unten? Ja, genau. Fuck, ich hab mich von einem SUV töten lassen, ich, vollidiot. Ich auch, leider. Komm, bei Lenno spawnen. Ich bin dann in unserer Base. Oh, dann nicht. Ist hier denn einer? Nee, ne? Nee, nee. Ich hab nur Geld abgelegt. Gibt's hier kein Auto? Oh, da wird eh schon die ganze Geschosse. Ach du Scheiße. Hey, der brennt. Das ist ein Arsch? Da springt aber einer runter. Fuck, ich war grad richtig schlecht. Boah, fuck. Ich hab aber noch einen getötet. Wir haben uns gegenseitig getötet. Hier? Ach, die, zwei. Ich hab noch einen mitgenommen, aber sonst. Herr Lenno hat ein rotes Zeichen, was heißt das? Ich glaub, dass er... Muss gehealt werden, komm her. Ja. Bleib hier. Hier. Aber es bringt nichts. Ich kann nur eins nehmen. Oder eins. Ja, egal. Alter, da kommt ein dicker SUV, pass auf. Okay, ich bin full. Okay, das ist weg. Ihr könnt zum Maniple. Wo, da? Alter. Ich stöße auf unsere Base, glaub ich. Ich geh mal zur Base. Ich geb ihn mal ruhig zum Maniple. Alter, ich bin... Maniple, ich knall das mal seinen eigenen. Gut. Maniple können wir uns holen. Hier ist frei. Ja, komm, das Geld läuft. Oh, nee, da hinten. Oh, da hinten. Okay, der ist down. Fuck, von rechts. Oh. Na, läuft grad nicht so. Der wird grad geknüppelt. Alter, er wird grad... Das sind wie die Cops, nee, gell? Alter. So, was... Wir sind die Cops, gell, gerade? Wir sind die Rebellen, oder? Nein, wir sind Cops. Der eine hat den grad voll verprügelt. Er war grad in so einer Animation festgesteckt, der Typ. Ja, ja. Das ist, wenn du die von hinten Takedowns mit Zelf... Da hinten kommt ein Fahrzeug. Tak. Das gehört zum Maniple. Da dürften jetzt aber einige sein. Ja, auf jeden Fall. Ich hab Angst, dass unsere Base gelootet wird, ey. Wir sind gerade mal leicht im Vorsprung. Aber eigentlich müsste ich auch zum Maniple, ey. Oh, der ist gerade gestötet worden. Da ist einer abgesprungen beim Maniple von Gegnern. Ja, ja, das... Für ein Auto, ja. Da ist aber einer ausgestiegen, ne? Auffassend. Fuck. Von oben, der Heli... Oben auf dem Dach ist einer. Beim Glas. Scheiße. Oh, Messi, Ronaldo braucht Leben. Ich spawn bei dir, wenn es geht. Ah, du warst schon tot. Fuck. Ja, weil der Typ da oben rumsteht. Ich kann's gar nicht. Ich muss jetzt voll reinkommen. Ich würd's Holz zerfetzen. Mir viel zu viel Action, aber immer. Gleichstand, Alter. Ihr müsst am Maniple was reißen. Ich fahr jetzt mal ein bisschen Auto. Komm ich jetzt auch mal vorbei. Hier dürfte einer drin sein, wa? Alter, das ist so scheiße, ne? Mit dem Auto, da. Ach, so ein Spaß. Wieso? Ja, der überfährt hier, man. Boah. Ich dachte, ich mach mal diesen Action, ey. Fuck. Da oben ist so ein Wichser. Der hockt da oben noch immer drauf. Was sagt der Wichser? Ich schmeiß aus, meine Granate hoch. Da ist einer reingelaufen. Da hätt ich getasert, Alter. 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 Hey, ich bin aber wieder da. Ja, ich hab dich wieder geholt, aber ich bin gestorben. Ich bin getasert, ihn, ey. Das bringt nix. Major, ich hab dich gerade geholt, aber dann bin ich verreckt. Da kam der Elektronikarzt. Aber beim Lando kann man... Guck mal, wie ich gerade abkacke. Lando bist tot. Guck mal, wie ich gerade abkacke. Ja, ich bin auch nicht gut. Schau mal. Wir müssen definitiv Geld holen. Wir müssen bei denen eigentlich mal die... Wir müssen bei denen mal die Base holen. Da hab ich wieder meine KD ruiniert, ey. Das gibt's doch nicht. Scheißegal. Ja, mach ich auch. Ich bin gerade hinter Major. Mein Auto. Ey, kann man gar nicht... Was mach ich, ey? Oh, Heli. Schieß mal drauf. Oh, fuck. Ja, super. Man kann die Disable. Mach die mal. Geht einfach draufschießen. Ich bin tot. Achso. Ich kann's noch gar nicht. Okay, ich hab mich draufgeschossen. Major. Ich bin hinter dir. Das Lander ist da auch. Alter. Alter. Du hast End of Map, oder was? Ja, merke ich schon, ey. Verloren. Was war das denn für eine beschissene Runde, ey? Ja, wir haben uns aber ganz schön abgezogen noch, ey. Ja, wollen wir dann jetzt mal Heist zocken? Wolle ich auch sagen, beenden wir hier mal die Folge. Ja, das ist klar. Mit dem 1 zu 7. Scheiß hier. Und die KD seht ihr erstmal gar nicht. Bis zum Heist. Bis zur nächsten Folge. Beim Heist Mode. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. 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 Ciao.